hey leute herzlich willkommen zurück auf meinem kanal ich bin der cjohannep hier zu einem weiteren video heute spielen wir mal wieder recent devil ja wir schauen mal was uns erwartet ultimate phase schauen wir mal was das ist ich habe mal kurz die infos 79 ok ok die kommentare laden wir spielen recent devil ja starten wir digga was ist das moment das sieht gut aus der server ok das sind spike ok sieht sehr gut aus der server aber ja titan play challenge ok eine challenge ich bin grad ein bisschen gechittert drauf wenn ich das video morgen aufnehme ich werde das noch an den tag sehen wo ich es aufgenommen habe ja ok digga ich habe es fast geschafft auch fast moment okay Ich werde besser Jungs Nice, wir haben's, easy Ok, wir versuchen zu antworten Was willst du? Digga, ich flieg Ja, Brave natürlich Was will der Name auf der Creator? Oh Gott, nicht Wab Wab Ich fade beim Quiz Robtop, genau Was will der Name auf Robtop? Weiß ich gar nicht, weiß nicht, was die Realen haben Digga, stimmt, Mitte stimmt Ich weiß es gar nicht Ich weiß es nicht Leute Ja Robtop Also Mitte, da hab ich nur Gerad nehmt Ich weiß es gar nicht Ok, Mitte ist da Da auch Mitte? Oh Gott, was ist das denn? Digga, nein Wir spielen es nicht weiter Es ist ja cool, das ist ein Short Auto Short Auto Angeblich Spielen wir jetzt Digga, das ist doch kein Auto Level Moment Moment Wenn die Auto nicht klappt, dann weiß ich auch nicht Ja, die Auto nicht klappt, die ist nämlich scheiße Entschuldigung Cool Bei GBMP Oder so Äh Genesis ist das Song Zeichen Wir spielen Wir spielen ein bisschen Wisdom Level Und dann Ja Warte Sticks Boy Sticky Boy Was? Digga Das ist nicht Spaces, nehmen wir mal Ey Junge, das ist doch bestimmt ganz gut Ey Junge, das ist doch bestimmt ganz gut Ey Junge, das ist doch bestimmt ganz gut Ich fällt natürlich mal unteren Ich hab nicht auf Musik gebaut Oh man, Mann ey, Mann, Mann, Mann Leute Mann, 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 Mann Mann, Mann, Mann Okay, ein 3er Jump Noch ein Versuch, dann schauen wir mal Ah, Digga Okay Cool Level Aber nicht auf Musik gebaut LOL Soll Okay, es geht schwer Ja, die Zweig sind auch auseinander Okay Soll Aber Servus haben wir komplett schlecht Der 3er Jump Und Dexter Schwieriger gemacht Hier Ja Ich spiel nicht weiter Party is going Ist keine Copy Oh, Leute Was, Digga Das servis gut Digga Was, Digga Das servis gut Digga Du hättest Das Ist das gerade Das Digga Aber gute Servis Da noch Grave Auto Okay Wir versuchen es Ähm Ja Morgen kommt ein manchmal ein Minecraft Video du ich weiß es noch nicht der mirezo server ist gerade da und das ist auch blöder hat das eine auto weil sagt das doch das ist dicker weil auto ok ich bin doch dem gewesen ja nächste seite chip challenge versuchen wir mal erst mal ohne song ja wenn ich keine chip challenge langweilig der ist dein ernst jungen es gibt sowas wie ein fade in oder so was eine start offset ich will es schaffen ein versuch noch schade ok aber es ist sehr viel 33 was ist das au digga aha digga wie soll man das spielen können ok spielt es nicht was zu heftig ist aber es ist schon gut dass er will windfall elementar server 3 na das song bruch tewig ich gucke mal kurz level name mountains ticker wat ich will spielen ist einfach ok ok sieht nice aus siegher was bringt es dir ok ich glaube er hat beim ufo ein bisschen gefällt ok ich will erstmal mit song windfall kennt man schade noch einmal kommt leute kommt kommt noch einmal noch einmal das server ok ich wäre ihm fast gesprungen gezwungen das unbekannt das unbekannt und das unbekannt ok er fliegt genau da rein das ist geil moment ok ich hab's dadurch geschafft der das ist eigentlich easy wartet mal leute ich werde es schaffen ja leute noch eine attempt noch eine attempt ok ich will es ja nicht zu oft spielen jetzt weil 70 prozent ist eine gute leistung ich will mich jetzt mal von euch verabschieden weil das video ist schon lang genug paar minuten schon wieder zu sagen das war's mein video ja bis zum nächsten video liken und abonnieren nicht vergessen schreibt unten eure ip in die kommentare lieber blacki23 nochmal grüße an dich ich habe irgendwie dein ip nicht erhalten der kommentar wurde gelöscht kannst du mir nochmal in die kommentare schreiben oder einfach mir eine fa bei geomethüller schicken ja ich würde sagen das war's mit dem video ja und bis zum nächsten video ciao leute ja